Alpha Kevin wurde anscheinend schon wieder gestrikt. Also ich weiß nicht, ob man nicht daraus lernt, dass Strikes eher nicht schaden und eher nicht durchkommen und wieder zurückgenommen werden und dass das am Ende Alpha Kevin eher hilft. Aber anscheinend wurde er jetzt von Meppo gestrikt. Ich weiß noch nicht warum, aber das werden wir sicherlich gleich von Alpha Kevin erfahren. Falls ihr mich jetzt schon unterstützen wollt, lasst gerne ein Like oder ein Abo auf den Kanal, ansonsten rein ins Video. Willkommen mal wieder hier auf meinem Kanal Alpha Kevin Plus. Schön, dass ihr am Start seid. Ich nehme das jetzt ein zweites Mal auf, weil ich aus Versehen das Profilbild von Meppo ganz klein gezeigt habe. Das ist natürlich ein unfassbar Problem. Mathematisch und kritisch. Und ja, Leute, es ist wirklich tatsächlich passiert. Mein Video wurde offline genommen von YouTube aufgrund eines Copyright Strikes. Es ist kein Claim. Es ist nicht, dass das Video offline gestellt wurde, einfach nur. Sondern ich habe einen direkten Strike bekommen. Das ist so widerlich, Alter. Wirklich, das ist so widerlich. Also man hat die Möglichkeit, es gibt mehrere Arten und Weisen, wie man ein Video claimen kann. Wenn dein Content drin ist, kannst du zum einen das so machen, dass das Video online bleibt und du nur das Geld kriegst. Dann kann man es so machen, dass das Video offline muss, aber dass die Person, die das Video hochgeladen hat, davon keine Konsequenzen kriegt. Und dann gibt es halt die dritte Möglichkeit, dass das Video offline genommen wird und die Person einen Strike kriegt und nach drei Strikes wird dein Kanal gelöscht. Also das ist bewusst, so dieser Schritt ist bewusst gewählt, um Alpha Kevin halt dann auch damit zu schaden. Ich verstehe dann auch da, ihr Kanal hat eins von drei Überrechtsverletzungen und bei drei Strikes ist mein Kanal dauerhaft gelöscht. Und ja, das war es dann für mich. Dementsprechend ist das wirklich eine sehr wunderbare Meldung, die ich heute drei Uhr nachts bekommen habe. Ich habe heute aus Zufall, habe ich einfach mal in meinen Mails da rumgestöbert und bin auf einmal auf die Nachricht gekommen. Ich dachte mir, äh, ich dachte, es wird nur geclaimed. Aber nein, es wurde tatsächlich komplett gestrikt. Sehr, sehr wilde Nummer. Tatsächlich von Meppo wurde das Ganze gestrikt. Ich hätte den Namen gar nicht bekannt gegeben, weil ihr wisst ja, was das letzte Mal passiert ist, was ich auch nicht befürworte. Also Swatting begrüße ich gar nicht, deswegen macht das bitte nicht. Ja, ja, da sind so ein paar unschöne Sachen passiert, nachdem die Person gedoxet wurde etc. Ja, schon abartig. Ich meine, man kann sich ja kritisieren in der Öffentlichkeit, ohne dann solche extreme Schritte zu gehen. So dieser Hass, wie gesagt, der in dieser Situation überall herrscht, der ist schon wild. Mich hat das nur gewundert, dass Meppo selber das bekannt gibt, dass er mich gestrikt hat. Weil, ja, das letzte Mal, wo er leeren Frau einfach onstream weggestrikt hat, ist ja dann dieses, ja, nicht so schöne Ereignis passiert. Deswegen hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er da so unvorsichtig ist. Aber, wie gesagt, macht da bitte nichts. Ich kann nur die Handlung von Meppo nicht nachvollziehen und warum er da, ja, keine Ahnung, so konfrontativ ist auf Twitter, was das angeht. Ja, die Nachricht habe ich auf jeden Fall heute erhalten. You received a copyright strike. Dann steht er da, mit mehreren Strikes wird der Kanal gebannt, bla bla bla. Und ich sollte da vorsichtig sein und ich sollte da die Regeln kennen und so weiter und so fort. Für mich persönlich ist es auch ein Strike gewesen, der nicht zu Recht gegeben wurde. Ich kann jetzt gleich nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen, weshalb ich jetzt hier gestrikt wurde auf dem AlphaCent Plus Kanal. Ich habe ein Video gemacht, wo ich Meppo kritisiert habe, dass er so unfassbar krass Shoyoka verteidigt in dieser ganzen Kronk-Angelegenheit. Ne, dazu habe ich ein Video gemacht. Es ging in meinem Video wirklich gar nicht um das Profilbild von Meppo, sondern um die Aussagen von Meppo. Und lustigerweise hat er das striken lassen wegen seinem Profilbild, was dort gezeigt wurde. Und Funfact, dieses Profilbild war so minimal, man hätte es nicht mal erkennen können. Also man, viele wussten nicht mal, was das überhaupt sein soll, weil so klein kann man halt kaum ein Profilbild. Ich glaube, was ich gesehen habe, ist halt, dass sie mithilfe dieses Profilbilds andere Bilder von ihm gesehen haben oder besser gesagt andere Profile von ihm gefunden haben, die lange her sind. Und dann haben die Sachen rausgekramt von ihm, wie gesagt, die er schon vor einer langen Zeit gesagt hatte. Und ich glaube, das hat ihn dann abgefuckt, dass man, dass er so im Vordergrund stand und dass man dann sein Bild gesehen hat und mithilfe vielleicht dieses Bildes dann Sachen über ihn herausgefunden hat. Aber, ja, ob man das striken kann, wenn jemand so als über dich redet und deswegen ein Bild von dir, was auf Twitter geteilt wurde, nimmt, ich weiß nicht, ob du da dann noch diese, also, weiß ich nicht. Interessant, aber keine Ahnung. Deswegen kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das wirklich durchgeht. Ich habe auch eine Gegendarstellung eingereicht, das heißt, YouTube prüft das dann, ob das Video wieder online geschaltet wird oder nicht. Muss man einfach mal schauen. Wenn es halt offline bleibt, muss ich drei Monate warten, bis mein Strike wieder weg ist. Ja, gut, ich könnte theoretisch auch mit einem Anwalt dagegen vorgehen, aber muss ich mal schauen jetzt bei einem dritten Kanal. Ich finde es aber komplett schwach. Also, ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, also, wie random kam denn das eigentlich, dass das ein Strike wert ist? Also, sehr, sehr wild. Vor allem auch... Ja, vor allem muss man halt sagen, ich weiß nicht, wann das Video hochgeladen wurde, aber wenn diese, das Interesse wieder das Thema abflacht, das dann nochmal zu entfachen, ist so ein bisschen kontraproduktiv. Grund des Profilbilds. Meppo hat ein öffentliches Profil, haut öffentliche Tweets raus. Diese Tweets kann man easy retweeten, man sieht überall sein Profilbild und er strikt mich, weil man dieses Profilbild sieht. Junge, willst du mich verarschen, Alter? Also, ich kenne das ja noch mehr nachvollziehen können. Hätte er ein privates Profil und ein privates Profilbild dann dementsprechend auch drin, was man sonst nicht weiter sehen kann und ich würde das veröffentlichen. Aber nee, das ist ein öffentliches Profil. Ey, das ist absolut wild. Und vor allem, vor allem wird es ja noch wilder. Ich wollte seinen Namen gar nicht hier erwähnen, weil ich halt keinen Bock habe, dass nochmal irgendwas kommt in Sachen Swatting oder dass mir das irgendwie eine Teilschuld gegeben wird, was eh keinen Sinn ergibt. Aber weißt du, das wollte ich eigentlich zurückhalten. Aber Meppo hat dasselbe auf Twitter veröffentlicht, dass er mein erstes, direkt mich gestrikt hat hier. Meppo schreibt nämlich, hier vor fünf Stunden war das gewesen, also heute früh. So, erstes Video von Alpha Kevin ist weg. Junge, da fragst du dich doch auch, willst du provozieren mit solchen Strikes? Ich kann das wirklich nicht nachvollziehen. Ja, der Anklang ist so groß, dass er bei knapp 24.000 Impressionen elf Likes bekommen hat. Wow. Das ist schon sehr, sehr stark. Und vor allem, was auch sehr, sehr stark ist, war folgendes. Ich habe, pass auf, ich habe geschrieben, dass Meppo mich die Plattform möchte. Hier, ich habe daraufhin geschrieben, er gibt mir den Strikes sogar an und will mich die Plattformen. Stabiler Typ. Was schreibt, also, jetzt wird es komplett wild. Jetzt kommt es komplett wild. Wenn der schon schreibt, so, erstes Video von Alpha Kevin ist weg, dann bedeutet das, zumindest impliziert das, okay, wir haben schon mal den ersten Schritt geschafft. Mal schauen, wann der zweite und der dritte Schritt kommt, dass der Kanal weggebannt ist am besten. Und deswegen bin ich schon der Meinung, dass wir... Also, wie er sagt so, so, erstes Video ist weg. Das impliziert wirklich schon, also, das macht den Eindruck, so, den ersten Schritt sind wir gegangen, aber da kommen noch andere Schritte. Ne, also, ist ja klar. Das kommt schon so ein bisschen selbstgefällig rüber. So, erstes Video ist weg, wir machen weiter. Also, wie gesagt, das Recht von deinem Bild kannst du dann durchsetzen, wenn du das Video einfach nur Claims und Offline nehmen willst. Das mit dem Striken, das geht schon in die Richtung, dass du ihm schaden willst. Das ist doch offensichtlich. Also, gestehst du mir nicht meine Rechte zu? Ist dein Ego durch den Quellen-Strike wirklich so massiv geschädigt worden? Also, er möchte mich nicht die Plattformen, aber wegen einem öffentlichen Profilbild und einem öffentlichen Post, was man kommentiert, wird man gestrikt. Okay, dann habe ich noch geschrieben, so, du schreibst, so, erstes Video von Alpha Kevin ist weg und meinst dann, dass du mich nicht die Plattformen willst. Merkst du selber, da stecken mit Sicherheit nur die besten Absichten dahinter. Also, ich bin schon der Ansicht, dass er... Ja, man kann jetzt natürlich darüber diskutieren, ob man eindeutig sagen kann, dass Meppo ihn die Plattformen will. Ne, mit einem Stripe passiert dir noch nichts, aber es ist schon sehr seltsam. Ich glaube, ich, aufgrund von persönlichen Problemen mir eins reindrücken möchte, ja, im Sinne von, okay, äh, ja, eine andere Wahl habe ich gar nicht, dann versuche ich den einfach da wegzustriken, damit sein Kanal halt am Arsch ist oder geschädigt ist und so weiter. Und ja, was soll ich dazu sagen? Also, ich finde das schon derbe unangenehm, äh, sehr, sehr, ja, einfach sehr, sehr schwach, sagen wir es mal so. Weil, wie gesagt, das ist das, ich wurde noch nie so banal gestrikt. Ich habe schon mal Strikes bekommen, das ist schon viele Jahre her, da habe ich YouTube-Kacke erstellt. Ja, also so Aneinanderschnitte von Videos und davon habe ich auch schon mal Strikes erhalten. Oder ich habe schon mal einen Strike erhalten, weil ich Punkte in einem Video genannt habe. Äh, nee, ich glaube, da ging es auch um Urheberrecht, da wurde ich auch mal gestrikt, äh, von Flo Tastig, das weiß ich noch. Aber der hat das wieder zurückgezogen, weil er dann selber gesagt hat, okay, jo, du nimmst einfach offline und dann ist alles gegessen und fertig ist. Also man hat sich dann noch ausgesprochen, alles war gut. Also, gab es auch schon, aber das ist mit Abstand der banalste Grund, weshalb ich jemals gestrikt wurde. Also, es existieren öffentliche Tweets, ich gebe sogar die Quelle an von den Tweets, sag sogar, wo man die ganzen Tweets findet. Ähm, und es wird sich dann darauf bezogen, dass das sein Profilbild zu sehen war, was minimals erkennbar war. Ich weiß nicht mal, man hätte, glaube ich, nicht mal irgendwas erkennen können, also nicht mal irgendwie, äh, sein Gesicht oder so. Das ist brutal, also es ist wirklich einfach nur brutal. Damit macht man sich ja einfach wirklich nur noch lächerlich. Äh, wir können ja mal weitergucken, was danach noch geschrieben wurde. Pass auf, hier hat er nämlich geschrieben, dass es, äh, ums Profilbild geht, ja. Ja, es ging gar nicht um die Texte, ja, was ich, was ich in dem, ähm, in dem Video alles so gesagt habe. Es geht nämlich um das hier. Es geht mir nicht um einen Text, den kannst du so viel vorlesen, wie du willst, wenn es dich erregt und befriedigt. No King-Shaming. Es geht darum, dass du kein Recht hast, mein Bild überall zu verbreiten und es für Free-Content ausschlachtest. Das kannst du dir wirklich nicht ausdenken, ne? Das kannst du dir nicht ausdenken. Der Typ ist einfach öffentlich auf Twitter. Ja, also, äh, sagt der Alpha Kevin auch hier, wenn du so öffentlich dein Bild reinstellst, natürlich hat er eine ganz kleine Reichweite, ne? Und wenn man, man erwartet jetzt nicht, dass dein Gesicht und dass dein Name so fühlt sich relativ sicher am Internet, man erwartet nicht, dass das jetzt überall zu sehen ist und das kann natürlich unangenehm werden. Wenn du auf einmal Menschen erreichst, Mengen von Menschen, die du normalerweise niemals erreichen würdest und es kann sich sehr, es kann sich schon eklig entwickeln. Und bei ihm hat es sich ja so entwickelt, er wurde, glaube ich, gedoxet und dann wurde die Polizei zu ihm geschickt etc. So, ja, aber wie gesagt, ist das, man muss mal jetzt sagen, damit musst du rechnen oder kannst du dich nicht beschweren, wenn du selber dich ins Internet stellst, so mit deinem Gesicht. Und ich, es wäre halt auch möglich, sich anonymer, sag ich mal, ins Internet zu stellen. ... unterwegs, ja. Wie gesagt, ich kann es immer noch nicht nachvollziehen. Also, wenn es dich stört, dass Leute dein Profilbild sehen in der Öffentlichkeit, dann wäre es gar nicht mal so unschlau, entweder dein Profil auf Privat zu stellen oder dein Profilbild rauszunehmen. Also, das ist stark, aber zu provozieren auf Twitter, damit es viele Leute sehen und sich dann darüber zu beschweren, dass Leute das Profilbild sehen oder teilen, das ist ja wirklich, da fehlt es ja an jeder Logik. Kann ich nicht nachvollziehen, muss ich ehrlich sagen. Psi hat dann noch Folgendes geschrieben, Gegenfrage, wieso machst du das bei ihm und nicht bei anderen auf Twitter? Ist das nicht ein bisschen Doppelmoral? Und sorry, mittlerweile wissen wir alle, dass dem nicht so ist. Kein normaler Mensch würde sich selbstbestätigend wo äußern, das nimmt langsam traurige Züge an. Meppo schreibt daraufhin, er macht die Videos und andere reagieren darauf. Ich gehe auch gegen andere vor, nur dauert das. Siehe, Lehrenfrau hat ja genau auf das Video, was jetzt runtergenommen wurde, hat sie ja reagiert und wurde onstream gestrikt. Und hat dann mit Lehrenfrau den riesigen Push gegeben, das muss man natürlich auch noch an der Stelle sagen. Ach so, ja das habe ich mitbekommen, dass sie gestrikt wurde und sowas, aber wie gesagt, ich habe die letzten Videos und die ganzen Thematiken dazu nicht angeguckt. Aber das ist ja dann wieder, also dass man nicht merkt, dass man damit, dass das gar nichts bringt. Ich weiß nicht, Meppo versteht das nicht, dass er mit seinem Handeln der Gegenseite nicht krass schadet. Klar, jetzt mein Kanal ist jetzt beeinträchtigt, ja, wie gesagt, ich habe da eine Gegendarstellung eingereicht. Ich hoffe mal, dass das wieder weggenommen wird und dann ist alles gut. Und er hatte das noch begründet mit irgendeinem Urteil vom Landesgericht München und das ist gar nicht eins zu eins anwendbar gewesen. Ja, also ich habe jetzt durchgelesen, dieses Urteil, das war nicht eins zu eins anwendbar. Das ist ein komplett anderer Fall gewesen, als das, was jetzt bei mir der Fall ist. Ne, also sehr weirde Herangehensweise von Meppo. Also er denkt ja wirklich zu 100 Prozent, dass er hier komplett das Opfer ist, komplett der Betroffene ist. Und ich sei jetzt auch zu Recht gestrikt worden, ey, das kannst du keinem erzählen, wirklich. Garwin schreibt noch unter dem Tweet von Meppo, nein, dein Ego ist es, dass sie anscheinend verletzt ist. Du gibst jemandem die Schuld für einen Polizeieinsatz ausgelöst zu haben, um die zu schädigen, ohne auch nur einen einzigen Beweis. Nur damit du einen Schuldigen hast. Darunter schreibt Meppo, ich habe von Teilschuld gesprochen, ist ein Unterschied. Ja, Teilschuld und Schuld ist natürlich ein Unterschied, aber Teilschuld bedeutet ja trotzdem, dass es im Zusammenhang mit mir trotzdem steht. Und damit meint er jetzt natürlich dieses Swatting. Ja, also er hat es halt so begründet, du hast ein Video über mich gemacht und dann wurde ich geswattet. Natürlich kann man jetzt das so weiterspielen, dann kann er einfach sagen, ja, aber du hast über mich getweetet und ich habe dann ein Video darüber gemacht, also du bist selber schuld. Oder man sagt halt, die Schuld an der ganzen Thematik ist die Person, die halt den Anruf getätigt hat, die wirklich da Schuld hat. Das bringt ja nichts, also das ist ja Quatsch. Dieses Video von Alpha Kevin haben ja sehr viele Leute gesehen. Und jetzt ist nicht deswegen jeder losgerannt und hat das gemacht, was der eine Typ gemacht hat. Und beim besten Willen Meppo, ich habe immer noch nicht meine Teilschuld an dem Swatting. Also erstmal, der Swatting-Einsatz bei Meppo ist nicht entstanden durch mein Video, sondern der Swatting-Einsatz ist entstanden, nachdem Meppo einfach leeren Frau gedmca-striked hat auf Twitch. Danach ist das gewesen, unmittelbar danach. Nicht nach meinem Video, sondern nach leeren Frau, für mich persönlich zu einem rechten Bann. Ja. Und deswegen bin ich jetzt für ihn die Teilschuld, weshalb geswattet wurde, weil ich das Video gemacht habe. Obwohl nach dem Video gar nichts passiert ist. Ja, ich habe einfach nur gesagt, ich habe es einfach nur kritisch eingeordnet, dass dieses auf Krampfschuh-Yoga verteidigen und gegen Kronk sein einfach unangenehm ist. Ja, aber gut. Wie gesagt, jetzt noch das mit diesem Profilbild, das macht mich am meisten fertig. Das ist so wild. Ähm. Hier habe ich dann noch geschrieben, dass er halt nur gute Absichten hat. Also ich glaube, das habe ich vorhin schon vorgelesen. Genau, ich will, ja hier, genau, ich will, dass die Videos, wo mein Bild drauf ist, verschwinden. Und nur diese von mir aus, ähm, wenn, wen deine Existenz davon abhängen, kannst du sie ja wieder, äh, wieder hochladen. Nur mach mein Bild vorher weg, nutz mein Bild nicht. Ganz simpel. Wie oft soll ich dir das noch sagen, Alter? Ach man, ey, Vepo, ey, wirklich. Das ist wirklich ein herrlicher Typ. Ich finde das ja schon fast lustig, ja. Ich finde das ja schon fast lustig. Also es ist, es ist brutal. Es ist selten sowas Unnötiges gesehen. Ja, genau. Und das haben wir eh schon vorgelesen. Also ihr seht, ich wurde jetzt hier gestriked wegen, für mich persönlich, die banalsten Gründen, die man sich nur vorstellen kann. Äh, ja, wie es jetzt weitergeht, keine Ahnung. Ich kann jetzt ganz normal weiter meine Videos hochladen, meine Funnames hochladen. Ich glaube, der Kanal ist jetzt noch gar nicht beeinträchtigt. Aber ich habe halt jetzt für 90 Tage einen Strike. Dann, nach 90 Tagen geht er auch wieder weg. Äh, ja, aber ich muss da einfach mal schauen, wie es jetzt in Zukunft weitergeht. Sollte da noch ein zweiter Strike kommen, dann werde ich auf jeden Fall anwaltlich dagegen vorgeben. Also mindestens da. Ansonsten, ja gut, es ist halt mein dritter Kanal. So, da mache ich meine random Videos. Ich will da auch weiter durchziehen. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich davon jetzt brutal abhängig bin. Ich werde hier weiterhin durchziehen. Und, äh, solche Sachen finde ich einfach nur absolut unnötig. Also was will man damit bewirken, außer Hass auf sich ziehen? Sorry, also sowas habe ich auch noch nicht erlebt, dass man wegen so einer unnötigen Sache jemanden in den Strike reindrückt. Aber das muss er selber wissen, ob das die richtige Herangehensweise ist. Für ihn ist es das. Für ihn ist es das wirklich eine extreme Verletzung des eigenen Rechts. Und, äh, ja. Ich sehe es nicht so. Ich bin gespannt, was die Gegendarstellung ergibt. Vielleicht halte ich euch dann nochmal ein bisschen auf dem Laufenden. Ob mein Video dann wieder online ist oder wie es dann ausschaut. Und, äh, ja. Es ist eine sehr, sehr wilde Nummer. Also selten sowas Krasses und Absurdes gesehen. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Schreibt gerne mal eure Gedanken dazu in die Kommentare. Findet ihr, ich wurde jetzt hier zu Recht gebannt oder zu Unrecht gebannt? Schreibt's rein. Und, äh, schreibt auch Danke, ähm, Danke Askeron in die Kommentare. Ohne den wäre das Ganze nämlich gar nicht passiert. Äh, danke dafür. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Montag. Und, äh, habt noch einen guten Start in die Woche. Und haut rein, ja. Ich denke an Zwängchen, euer Alpha Kevin. Auch mit einer nicht so erfreulichen Nachricht. Und, äh, macht's gut. Ciao, ciao. Ja, also es ist wirklich, wirklich großer Quatsch. Äh, es ist wirklich großer Quatsch, was hier passiert. Äh, also keine Ahnung, was, was hier abgeht. Warum man so die ganze Zeit Eigentore schießt. Also, keine Ahnung. Wie auch immer. Was ist eure Meinung für die ganze Zeit? Schreibt mich an eure Meinung. Und falls euch die Reaktion gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo auf den Kanal. Ansonsten bis zum nächsten Video. Haut rein.